Mir hat tatsächlich extrem an die Family geholfen, weil dann einfach meine Kinder, meine Frau gekommen sind und man dann eigentlich fast schon verpflichtet ist, an was anderes zu denken. Gerade bei den Kids, da ist es dann schwierig, wenn man da nur schlechte Laune hat und sich irgendwie gar nicht mit denen beschäftigt. Die verstehen ja auch nicht, was mit einem los ist. Dementsprechend hilft mir das eigentlich immer ganz gut, um auf andere Gedanken zu kommen. Mir haben sie sehr viel Rückhalt gegeben, vor allem, dass man Leute um sich herum hat, die sich um einen kümmern und wo man dann halt nicht Kai Havertz der Fußballer ist, sondern halt eher der normale Kai, den man halt schon lange kennt. Ist mit Sicherheit für den einen oder anderen Spieler enorm wichtig, dass er dann in der Situation einfach auch die Normalität, die er zu Hause hat, seine Kinder, die vielleicht ihn auf andere Gedanken bringen, bei sich hat.